Der KinoCast Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, das war es auch schon für heute, aber das reicht auch. Also, ciao. Erik ist noch hier, ich grüße auch alle. Ja, hallo, hallo. Ja, wir haben Filme mitgebracht, einige und auch ein paar Serien. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen mit unserer Liste, die wir abarbeiten müssen. Wir schieben da so ein paar Sachen vor uns her. Und zwar hatten wir in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart den Film Cocaine Bear. Der ja sogar bei der Oscar-Verleihung ein Thema war. Denn der ist ja momentan gerade so ein kleiner Überraschungshit in den USA im Kino. Und ja, den durften wir sehen. Weiß gar nicht, wann der anläuft. Ist aber bestimmt noch eine Weile hin. Nee, ich glaube jetzt am Donnerstag. Ach so, na dann doch nicht so lange. Aber dann hört ihr es zumindest hier, ob sich das lohnt oder nicht. Dann haben wir noch, ja, ich habe einen Rezensionsfilm bekommen gehabt. Der nennt sich Year of the Shark, ein französischer Film über Haie. Ich habe ausgesehen einen falschen geguckt. Ich habe einen geguckt, den ich noch da hatte mit Haien, den ich gucken wollte. Der heißt Shark Waters. Deswegen kommt heute erst mal Shark Waters dran. Ich habe an einem bestimmten Punkt gedacht, wann tritt er nun eigentlich, wann sehe ich denn hier Kat Merat? Also hier den Schauspieler aus. Willkommen bei den Sties. Wann sehe ich den hier? Der ist doch gar nicht dabei. Der soll doch dabei sein. Und irgendwann war der Film vorbei. Ich dachte, mein Gott, der war ganz schön scheiße, der Film. Und wieso steht da überall, dass das ein französischer Film sein soll? Das war gar kein, das spielt irgendwie wie Christopher Mexico. Und dann ist mir aufgefallen, ach, ich habe den falschen geguckt. Die Haie-Filme sind sich teilweise sehr ähnlich, muss ich sagen. Na jedenfalls, also Shark Waters und dann in der nächsten Woche dann Year of the Shark. Vielleicht schafft ihr es ja auch, da reinzugucken bis dahin. Der Chris hat Tetris gespielt, sehe ich hier. Den wollte ich auch noch gucken. Und ich habe noch einen Film nachgeholt, den ich damals schon im Kino eigentlich schauen wollte, nämlich Tausend Zeilen über den Skandal beim Spiegel. Und dann haben wir noch ein paar Serien, die nenne ich mal noch nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Genau. Cocaine Bear. Passiert auf einer wahren Geschichte, wie wir am Anfang erfahren, denn es gab irgendwann in den 80ern so den Fall, dass tatsächlich irgendwo so ein Bär irgendwie Kokain gegessen hat, was da irgendwo abgeworfen wurde. Denn wir sehen hier, dass ein Flugzeug mit einem Drogentransport kommt in Probleme und der einzige, der Pilot da drin, der wirft halt die Ladung über so einen Wald ab und will die dann später holen, weil das Flugzeug am Abstürzen ist. Er selber kommt beim Rettungsversuch mit Fallschirm auch ums Leben, weil er sich ein bisschen dämlich anstellt. Ein bisschen ist gut. Das war so der erste Oh-Moment in dem Film eigentlich schon nach ein paar Sekunden. Ja, also dass dann halt, ja, keiner so richtig genau weiß, wo das Zeug ist, weil, wie gesagt, der Pilot, der es abgeworfen hat, da nicht mehr aussagekräftig ist. Und ja, letzten Endes sehen wir dann so einen Nationalpark, wie es halt in den USA einige gibt. Und da ist halt so eine Parkrangerin, die ist ziemlich skurril. Also, wer zum Beispiel die Serie Parks and Recreation kennt oder auch die animierte Serie Brickleberry, die ich sehr gut finde, so ungefähr in der Richtung. Eher noch wie Brickleberry. Ja, und ja, alles sehr weird. Und der Bär, der frisst halt dann irgendwelches Kokain und dreht dann völlig am Rad und wird auch abhängig und attackiert irgendwelche Leute. Und die, ja, die Leute, die, ja, die Angestellten, in Anführungszeichen, von dem Drogenhändler, die sollen halt auf die Suche gehen nach diesem Kokain, was da verloren gegangen ist. Und ja, mittlerweile sehen wir auch noch irgendwelche unbedarften Wanderer, die da in Probleme geraten. Das passiert halt ganz am Anfang schon. So alles typisch 80er, wilde Klamotten, kuriose Personen insgesamt. Also, jede Person ist eigentlich total verrückt da. Irgendwie, ja. Das Ganze gedreht von Elizabeth Banks, die ja schon, ich glaube, bei Triangle für Charlie hat sie auch mal Regie geführt bei dieser Neuauflage mit den Frauen. Oh, das kann jetzt noch sein, ja. Ja, 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 ich remember. Genau, also hat schon gewisse Regieerfahrungen und wir sehen Ray Liotta in seiner letzten Rolle hier als Drogenbaron. Ja, ja, wie fand man das so? Also, ich muss wirklich sagen, der Film, es klingt so auch schon, wie du es erzählst, einfach komplett skurril und das ist es eigentlich auch. Also die ganze Geschichte ist komplett skurril, dieses ganze Aufbau ist sehr skurril. Die ganzen Nebengeschichten von dem kleinen Mädchen, das da mit ihrem besten Freund rausgeht, um den Wasserfall zu zeichnen, die dann dem Bär begegnen, bis einfach zu den ganzen Charakteren, die da auftreten. Und es ist ein Heidenspaß einfach, weil es ist so völlig sinnbefreit teilweise. Es gibt unglaubliche Verfolgungsjagden, wenn zum Beispiel der Bär dann hier dem Krankenwagen hinterher rennt und solche Sachen. Ihr merkt an der Reaktion von Erik, das ist so, naja, das ist eine Szene, die ist dann doch auch noch irgendwo im Gedächtnis. Und es ist so herrlich überdreht und so herrlich überzeichnet, gleichzeitig aber eigentlich ganz cool animiert, also der Bär ist ganz cool animiert. Und einfach, es ist so eine rotzohle Geschichte eigentlich, wenn man das so sich genau betrachtet. Und das macht den Film aus, weil der sich nicht wirklich ernst nimmt, der nimmt sich an einer Tue selber irgendwie auf die Schippe. Er zeigt meines Erachtens erschreckend, dass Parkranger unbedingt zum Schusstraining sollten, wenn sie schon eine Waffe tragen. Meiner Meinung nach. Du, in den USA darf fast jeder eine Waffe tragen. Jetzt haben sie sogar in Florida ein neues Gesetz erlassen, dass du Waffen tragen darfst, auch wenn du dafür keine Lizenz hast. Ja, vor allem verdeckt Waffen tragen. Ja, genau. Ist halt richtig gut einfach, aber ist das super. Das sollen sie sich selber abschaffen, das passt schon. Und es ist einfach richtig ein Film für die Sneak, wirklich perfekt, weil du gehst da rein, du kannst komplett den Kopf abschalten und es einfach nur, weil es so derbe ist teilweise, einfach nur dreckig lachen. Reinhocken und dreckig lachen. Egal wie gewaltverherrlichend das teilweise ist, du hockst irgendwann dran und kannst nicht mehr, weil es ist einfach so bescheuert. Und das macht einfach tierisch Spaß. Haha, ein Bär, der tierisch Spaß macht. Haha, verstehst du? Haha, ja. Ich finde aber, gerade für die Sneak Preview, wir hatten ja auch mal Piranha 3D in der Sneak. Das war auch so ein geiler Sneak Film. Und hier, Quocaine Bear ist eigentlich genau so ein richtig geiler Sneak Film, finde ich. Also da ist wirklich so absurd. Man wäre vielleicht nicht aktiv in diesen Film reingegangen. Das ist halt so eine kleine Perle, weil das ist jetzt keine Top-Produktion von irgendeinem Studio, was massiv beworben wird. Also ich habe zumindest, wenn du sagst, er startet nächste Woche schon. Ich glaube. Ich habe zumindest da noch keine Fernsehwerbung oder irgendwas dafür gesehen. Oder selbst bei diesen Kinosendungen, die man so ein bisschen einen Ausblick machen, da hörst du natürlich nur von diesen Top-Filmen. Also Air zum Beispiel habe ich viel gesehen mittlerweile. Aber von den Filmen halt nicht, weil die haben halt auch nicht so ein großes Budget fürs Marketing. Und deswegen sind da die Sneak Previews eigentlich ideal dafür, um mal das Wort zu verbreiten, dass das ein guter Film ist eigentlich, den man sich mal angucken kann. Und ja, also es ist wirklich sehr viel Spaß gemacht, der Film. Also schon, wo es am Anfang in die Richtung ging, was da jetzt kommt, dann habe ich mich schon sehr gefreut. Also ich habe dann schon erkannt, dass das mein Tipp ist, den ich da getippt hatte. Und auch wenn das eher so ein Tipp war, den ich mir gewünscht hätte, dass der kommt. Weil wie gesagt, bei der Oscar-Verleihung war ja sogar jemand in einem Bärenkostüm da und den haben sie dann als Cocaine Bear und so. Deswegen, also ich dachte, das ist schon geil. Ja, du denkst ja bei dem Film wirklich die ganze Zeit, oh, das machen sie jetzt nicht und dann machen sie es erst recht. So nach dem Motto. Ja, dann nimmst du manchmal so Abbiegungen, die man gar nicht gerechnet hätte. Ja, deswegen und das ist, ich sage einfach herrlich, weil halt einfach komplett Banane, so richtig komplett Banane. Und deswegen auf jeden Fall anschauen. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nach dem Film sage, aber hey, geht da ins Kino, wenn ihr was richtig abgefahrenes sehen wollt. Der dauert auch bis 90 Minuten, also anderthalb Stunden ungefähr. Und finde ich eine Top-Zeit eigentlich für so ein Filmchen. Ist aber bestimmt FSK 18, schätze ich mal, oder? Sollte auf jeden Fall. Hat er doch ein paar heftige, splättrige Szenen drin. Deswegen könnte ich mir das durchaus denken. Ja klar, aber wie gesagt, macht unfassbar viel Spaß. Also zumindest mir hat er richtig Spaß gemacht, weil halt, ja, mal was anderes. Ein Bär auf Drogen, muss man auch erstmal machen. Und gerade mal gucken hier. Also er hat beim Opening in den USA da schon 23 Millionen eingespielt. Und insgesamt eingenommen, domestik, also in den USA 63 Millionen und weltweit 81 Millionen. Was hat er denn gekostet? Steht das hier irgendwo? Ah, nee, leider nicht. Leider nicht. Aber der, warte mal, in Asia-Pacific, da läuft er schon seit Februar. Ja, okay, da ist schon ein Großteil der Welt schon fast durch. Frankreich seit 15. März. Ja, okay. Aber da kommt nicht mehr viel, wo sie noch was einspielen können. Wie sieht es mit China aus? China schon dabei? Nee, aber China ist immer schwierig, so mit Drogen und so, glaube ich. Da darf der nicht ins Kino kommen. Sonst versuchen die ja immer, siehst du ja bei den meisten Filmen, dass die dann extra irgendwelche Sachen noch in China drehen oder irgendwelche chinesischen Darstellungen mit reinnehmen, damit sie da in China einen Release bekommen. Ja. Ja, okay. Weiß ich natürlich nicht, was er gekostet hat. Steht hier leider nicht. Aber 63, 81 Millionen bis jetzt eingespielt, das klingt schon mal ganz gut, weil ich glaube, so wahnsinnig teuer wird er nicht gewesen sein. Es sind zwar gute Effekte drin, gerade die Tieranimationen und so. Tja. Hm. Ach so, was gebe ich eigentlich? Gib du erst mal Punkte. Ich gucke mal, was ich hier gegeben habe. Das Budget für den Film waren 30 bis 35 Millionen. Ah, na siehst du, da hat das schon verdoppelt. Das ist schon gut. Und so wenig Marketing, wie der macht, dann... Ja, ich glaube, ich gebe in diesem Bereich 8 von 10, ja. Ich gebe eine 8 von 10. Ja, ich bin bei 7,5, also ganz nah an dir dran, deswegen, das passt schon. Da sind wir uns relativ einig, denke ich. Weil, hat einfach Spaß gemacht. Das ist einfach... Unbedingt. Wir sind, glaube ich, richtig glücklich aus dem Kino raus. Und wenn man so in die Sneak-Gruppe guckt, da hat, ich glaube, einer hat 14, äh, 14 Prozent, einer hat 4 Punkte gegeben, der Rest liegt bei 6, 7, 8, deswegen, das sieht schon ganz gut aus. Ja, 4, genau. Wenn wir einmal in der Gruppe drin sind, wie schaut es da für morgen aus? Was ist da dein Sneak-Master, Master-Sneak-Tipp, Mr. Sneak-Tipp? Mr. Sneak-Tipp, der... Für die Sneak-Nummer 1158 am 3. April 2023 lautet Hopp oder Topp? Okay, da sind Tipps eingegangen bis jetzt. Der Martin hat getippt Nene Superstar, der startet, glaube ich, auch nächste Woche, den hatte ich auch mal angeschaut gehabt, ob der passen könnte. Der Benjamin tippt den Super Mario Bros. Film, der startet auch nächste Woche. Oder der Barbie-Film, das glaube ich nicht, das ist noch eine Weile hin. Und ich habe getippt Air, der große Wurf, der startet auch nächste Woche. Das könnte natürlich passen, Hopp oder Topp. Und so, könnte sein. Ich weiß, was kommt, deswegen sage ich einfach mal. Könnte sein. Nee, ich rede nur für mich selbst hier. Also, schauen wir mal. Also auf jeden Fall, ich sage mal so, das, was da bei den Tipps genannt wurde, das ist zumindest mal nicht das unterste Regal. Ja, also ich glaube, da, jetzt sind ja auch wieder Ferien und so, glaube ich, oder bewegliche Ferientage, wie sich das nennt hier. Ja, ab nächstes Wochenende. Also in Stuttgart ab Donnerstag. Ab Donnerstag? Ja. Meine Kids sind so. Ludwigsburg macht, glaube ich, ab Montag schon. Genau, meine sind ab Montag zu Hause, ja. Ja, dafür hatten wir ja in Stuttgart die drei Wochen Weihnachtsferien. Die hatte Ludwigsburg nicht. Das ist da wieder ausgegangen. Okay, wie auch immer, dann alle hier aus der Ecke, Ludwigsburg, Remsek und so, alle ins Kino. Ihr habt frei. Schulamtsbezirk Ludwigsburg. Genau, ihr habt frei. Ihr könnt ins Kino gehen, ihr könnt ausschlafen. Ich glaube, da könnte was Gutes kommen, was vielleicht auch nicht so horrormäßig ist. Klingt zumindest nicht horrormäßig, der Tipp. Okay. Dann gucken wir doch mal, was sonst noch so Neues anläuft und was in den Charts drin ist. Vielleicht ist da was Cooles dabei jetzt in der Ferienwoche. Kino Charts und Neustart. Bei den Charts habe ich einen neuen Link reingepostet. Da ist, ähm... Ja, das ist fast aktuell. Oh, was ist denn da die Sechs? Wie heißt denn der auf Deutsch? Richard the Stork and the Mystery of Great Jewel. Das ist, der heißt glaube ich in Deutsch Die Überflieger. Die Überflieger 2 oder irgend so was. Okay, Originaltitel. Richard der Storch und das Mysterium des großen Juwels. Okay. Auf Deutsch Die Überflieger. Hm, okay. Ja, endlich mal was Kurzes auf Deutsch. Ja. Ja, habe ich nur meinen. Platz 5. Shazam Fury of the Gods. Genau. Ist 39 Prozent runtergegangen seit letzter Woche. Also wird langsam sich verabschieden hier aus den... Ja, ist aber erst die zweite Woche drin. Also das ist schon krass. Was ist denn da noch neu eingestiegen da? Die 12 da? Diary of a Fleet. Ah, das ist, ähm... Äh, wie hieß denn das? Unsere französische hier Paris. Eine Affäre in Paris. Weißt du noch? Hat man das nicht gehabt? Der ist auf Platz 12 gerade neu eingestiegen. Sehr schön, ja. Ähm, okay. Aber weiter mit der 4. Da ist immer noch Avatar Way of Water. Wow, Way of Water. Way of Water. Platz Nummer 3, Creed 2. 3. Auf Platz 2, Creed 3, ja. 3, Creed 3. Habe ich 2 gesagt? Du hast gesagt, Platz 3 ist Creed 2. Ja, sorry, Creed 3. Aber Platz 3 ist Creed 3. Ja, Creed 3 ist bin, ja. Creed 4 wird dann auf Platz 4 kommen. Ja. Platz 2 ist immer noch Sonne und Beton. Ja, es ist immer noch. Letzte Woche auf Platz 1, ne? Ach so, ja. Immer noch auf Platz 2. Seit dieser Woche und immer noch auf Platz 2. Ja. Und auf Platz 1, ganz neu eingestiegen, von 0 auf 1, John Wick Chapter 4. Ja, bei Sonne und Beton. Ich höre immer nur aus dieser Felix Lobrecht Fanbubble, dass es ein geiler Film sein soll. Ich habe bis jetzt von noch niemand anders gehört, der jetzt nicht unbedingt da so Fanboy ist. Ob das ein guter Film ist, deswegen weiß ich nicht. Ah, mal schauen. Vielleicht gucke ich den dann auf jeden Fall mal am Heimkino oder so. Klingt, glaube ich, ganz interessant. Okay. Was startet denn so schönes Neues hier? Jetzt gucken wir doch mal. Ich finde meinen Tab nicht. Da ist er. Ja, ich habe es offen. The Pope's Exorzist. The Pope's Exorzist. Also der Exorzist des Papstes sozusagen. Ich gucke gerade mal hier nebenbei. Ja, es startet wirklich am 6.4. Ein Horrorfilm mit Russell Crowe, basierend auf Erzählungen des Gabriele Amor, eines Priesters, der zu Lebzeiten mehr als 70.000 Exorzismen im Namen der Kirche und des Vatikans durchgeführt haben soll. Also ein Märchen. Ja, okay. Ja, apropos Märchen, startet auch Olaf Jagger, fiktionaler Dokumentarfilm, Dokumentarfilm, in der Comedian Olaf Schubert seinen leiblichen Vater sucht und dabei nebenher von der kuriösen Verwicklung des Ost-West-Konflikts erzählt. Hatten wir einen Sneak, kann man hier nachhören, wie wir den so fanden. Ja, Chris fand nicht so. Ich fand total super. Also deswegen, ihr müsst euch da euer eigenes Bild machen. Was ich auch empfehlen kann, Olaf Schubert mal auf Instagram zu folgen, weil er macht gerade so eine Kino-Tour und es ist echt sehr herzerwärmend, was da alles so gepostet wird und so. Aber wer da Fan ist, der erfolgt da sowieso. Beautiful Disaster startet noch. Das ist von den Machern der After-Film-Reihe. Chris, das ist hier dein Must-See, sozusagen. Könnte das was mit Hop oder Top zu tun haben? Ich hoffe nicht. Wer weiß das schon. Eine romantische Buchverfilmung, ja. Da wird bestimmt wieder viel gebumst und so unter der Dusche und so und erst ganz zaghaft und dann wird der Bad Boy und so weiter. Ja, bestimmt sowas, oder? Keine Ahnung, du kennst dich da aus. Du hast ja immer da sehr, sehr tiefe Einblicke. Warte mal, ich gucke mal, hier ist die Story, warte, hier ist die Story, wir können doch nicht hier. Travis schlägt sich wortwörtlich die Nächte um die Ohren, ah, ist ein Bad Boy, als Untergrund-Boxkämpfer. Tagsüber ist der Student und der ultimative Aufreiser und das ist genau das, was Erstsemestlerin Abby so gar nicht attraktiv findet. Verständlicherweise ist Abby Travis gegenüber deshalb auch total abweisend. Aber das fordert ihn erst recht heraus, also schlägt er ihr eine Wette vor. Steigt er bei seinem nächsten Boxkampf als Sieger in den Ring, muss Abby einen Monat lang bei ihm wohnen. Bekommt er auf die Mütze, heißt es einen Monat keinen Sex für ihn. Was zunächst ja doch nicht weiß, Abby ist nicht die, die sie vorgibt zu sein. Ist das die, die dann irgendwie den Gegner trainiert oder so, war das die? Ich habe doch keine Ahnung, das war glaube ich ein anderer Film, das war was mit Tanzen. Achso, ja okay, also wir sind da nicht so sattelfest, aber ja, wem es gefällt, der geht da sowieso rein. Das wird bestimmt wieder Platz 1 Kinocharts oder so. Ja, bestimmt. Ja, ja. Okay, also blöd für die Tatsache. Dann haben wir die Kairo-Verschwörung. Verzwickter Politthriller über einen einfachen Jungen in Kairo, der zur Schachfigur in einem politischen und religiösen Machtkampf wird. Hatte ich mal einen Trailer geschaut, sah ganz interessant aus. Hatte ich so ein bisschen mal auf Disney gehofft, aber naja. Er, der große Wurf, Star-besetzter Spielfilm von Ben Affleck über die Geschichte des Nike-Managers Sonny Vaccaro, der den Sporthersteller mit einer cleveren Marketingstrategie zur Weltmarke machte. Ja, hat ja damals den Nike Swoosh irgendwie seiner Marketingmitarbeiterin für 50 Dollar die Rechte abgekauft. Ja, ja, gewusst wie. Einmal muss man auch Glück haben. Dann haben wir hier noch Nene Superstar. Französischer Familienfilm, wo die zwölfjährige Nene, die sich als einziges schwarzes Mädchen an einer elitären Pariser Ballettschule durchsetzen muss. Das kommt mir irgendwie herbekannt vor. Okay. Sintbarts Abenteuer. Kannst du es nicht schon mal Nene? Nene? Ja, machen wir da. In der Wüste zieht ein Sandsturm auf, weshalb sich Sintbad auf eine Palme retten muss. Der weisen Junge Ali Baba ist Mitglied einer Räuberbande, rettet Sintbad vor dem Baum, vor dem Baum, von dem Baum, und bringt ihn anschließend zu seiner Bande. Fortan soll Sintbad für die Gang arbeiten, doch als er zur Tat schreiten soll, vereidelt er einen geplanten Überfall. Weil, als er schließlich weiterreisen will, schließt sich Ali Baba unverhofft an. Das ist, glaube ich, eine sehr freie Interpretation des 1001-Nacht-Märchens hier. Ja, er wird von einem Baum verfolgt. Das ist noch die von Herr Dringe, oder? Die End. Ja, genau. Das ist die End. Victim stattet auch noch. Packendes Drama bei einer alleinerziehende Ukrainerin, die in einem fremden Land Fuß fassen will und mit Rassismus, Fake News und dem Aufstieg der neuen Rechten konfrontiert wird. Uiuiui. Okay, dann noch eine Oper-Verfilmung, dann nochmal das. Nee, das war's dann für diese Woche. Und ich guck mal ganz kurz, was noch bei den Serien eventuell neu startet. Am 31. März sind hier, nee, nur neue Staffeln von, nee, neu startet Copycat Killer auf Netflix, 31. März. Das ist also gerade gewesen. Zweite Staffel, Dougie, Kamea, Loa. Hier diese, fand ich auch ganz süß hier auf Disney+. Die Gabe startet neu auf Prime Video und Killing Eve Staffel 2 auf ZDF Neo. Ich hab gesehen, auf Paramount Plus gibt's jetzt Smile, den möchte ich unbedingt noch nachdenken. Ach, da warst du, ja stimmt, da warst du nicht im Kino. Da war ich nicht da, ja. Auf Magenta TV, The Congregation, auf das erste, die Serie Ein Schritt zum Abgrund, Yellowstone Staffel 4 auf Paramount Plus. Das wird hier schon geschaut. Auf Disney Plus startet Ralph & Katie neu. Ah ja. Wu-Tang & American Saga auf Sony AXN Staffel 3, ja. Okay, das war's dann, glaube ich. Ja, was noch viel kritischer gerade tatsächlich auch ist. Es gab von Telekom, ohne jetzt Großwerbung machen zu wollen, aber von der Telekom gab es jetzt eine Sonderaktion wieder mal. Es heißt Telekom Moments und die haben da für ihre Kunden so Spezialdinger. Und wir haben jetzt hier zu Hause dank diesem Telekom Moments ein Jahr lang RTL Plus Premium kostenlos. Das heißt, Kate hockt jetzt gerade dran und schaut sämtliche CSI-Staffeln durch. Oh, okay. Und hat aber auch schon andere Sachen jetzt auch geschaut, Serien auch geschaut, die sie unbedingt sehen wollte. Aber da wird demnächst noch ein bisschen was auf uns zukommen hier, nur schon mal als Vorwanderung. Deswegen kann sie heute nicht dabei sein, ihr wisst Bescheid. Sie hängt bei RTL Now oder wie das heißt, RTL Plus Now. RTL Plus. Ja, okay, dann sind wir ja soweit durch hier. Ja, ich mache das mal in die Reihe Heimkino mit rein hier. Heimkino. Ich habe hier eine Rezensionsdisk liegen, Year of the Shark. Und wenn ich so eine Rezensionsdisk bekomme, den einzigen Disc-Reader, den ich noch im Haus habe, ist hier unten quasi bei mir am Rechner. Und dann lese ich mir den Film immer aus und packe den bei mir auf dem Server, damit ich den oben am großen Fernseher schauen kann. Und das habe ich auch gemacht. Da habe ich allerdings die High-Filme durcheinandergebracht, offensichtlich, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe. Weil, ja, auf dem Weg nach oben, ja, irgendwann wollte ich es dann gucken. Da dachte ich, ach, hier, der erste High-Film, der da irgendwo stand in der Liste auf dem Server. Dachte ich, das ist der. War er gar nicht. Der stellt sich raus. Aber ich habe den falschen geschaut. Deswegen, also, das ist jetzt nicht Year of the Shark, den wir als Rezensionsdisk bekommen haben, der ganz gut sein soll. Ein französischer High-Film mit bekannten Darstellern. Sondern ich stelle jetzt vor Shark Waters. Und als der Film anfing, dachte ich schon, Asylum? Ist das eine Asylum-Produktion? Also, ich weiß nicht, ob dir Asylum was sagt. Das sind so diese billigen Rip-Off-Filme, die meistens so einen ähnlichen Titel haben. Also, was weiß ich, nicht Independence Day, sondern Incredible Day und dann dasselbe Layout, weißt du, die dann im Mediamarkt stehen und du greifst dann auszusehen den Falschen. Und, ja, teilweise, manchmal haben sie auch ganz gute Sachen oder ganz coole Sachen. Ich glaube, die so Sharknado-Filme waren auch Asylum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es gab auch ganz coole, die aber auszusehen cool geworden sind. Denn meistens sind es eher so billig runtergekurbelte Sachen, die einfach irgendwo jemand auszusehen gucken soll oder so. Und genau sowas ist Shark Waters. Also, ich habe mich noch gewundert, das soll ein französischer Film sein. Spielt vor der Küste von Mexiko. Ich habe keinen Darsteller erkannt. Die reden auch alle nicht irgendwie französisch oder irgendwas. Oder keine Ahnung. Es fühlte sich überhaupt nicht wie ein französischer Film an. Eröffnungsszene, zwei Typen, also Mann und eine Frau mit so einem Jetski unterwegs, stellen sich extrem dämlich an, fallen beide ins Wasser und werden vom Hai erwischt und so. Ganz, ganz schlechte Hai-Animation, wo ich schon dachte, puh, also was ich hier so als Rezensionsdisk bekommen habe. Okay, ich gucke es mal noch zu Ende. Naja, also es wurde nicht viel besser. Es ist dann wirklich extrem dämlich immer geworden. Also dieses, ja, da gibt es dann noch so eine junge Frau, die wird dann vorgestellt, die, ja, hat seit, 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 seitdem sie klein war, hat sie immer schon gern geangelt mit ihrem Vater. Und der Vater, der, der ist nicht mehr so gut zu Fuß und deswegen kann der nicht mehr mit auf das Boot jetzt. Also sie haben, er hat da für sie irgendwie so einen Angeltrip angemietet und dann fahren halt so ein paar Leute raus mit so einem Boot und natürlich wird das Boot dann attackiert und dann ist es bewegungsunfähig, das Boot, also irgendwie Motor kaputt und dann hängen sie da fest. Und ja, der Hai kommt immer näher, die stellen sich extrem dämlich an. Also immer mal fällt jemand rein und wird gebissen und wieder hochgezogen ist, dann hat er einen Biss im Bein und wird auch so eine Sachen und so, ja, ja, es ist alles gut und so. Nein, ich kann das noch, nein, ich opfer mich für euch und weißt du, so ganz üble Dinge, wo ich dachte, okay, ich stehe diesen Rezensionsfilm noch durch. Wenn ich, wenn ich gewusst hätte, dass das der andere ist, hätte ich schon längst abgebrochen gehabt, also der war wirklich, also ich selbst im Bereich Haifilme war der schon extrem scheiße, also das, da war ja wirklich nichts, nichts Gutes dran, ja. Also da war ja weder Dialoge noch irgendwelche, was wir bei Cocaine Bear hatten, wo ja wirklich noch so absurde Szenen waren, wo du dachtest, what oder so, hier auch nicht, ja. Also ich lese mal ein paar Sachen hier von Moviepilot vor, zu diesem Film. Äh, schreibt hier einer nur einen, einen Kommentar, Film geworden ist Waterboarding. Ähm, dann schreibt einer unglaublich schlechte Effekte, Geschichte und Dialoge, mehr gibt's nicht zu sagen. Ähm, die ersten drei Minuten des Films zeigen schon, auf welch unterirdischen Niveau Inszenierung, Animation und schauspielerische Qualitäten agieren, reine Zeitverschwendung. Ja, äh, also viel mehr kann ich da auch nicht hinzufügen, also ich würde dem Film da zwei Punkte geben. Ähm, also Shark Waters gebe ich zwei Punkte, was jetzt, wie gesagt, nicht der, der Rezensionsfilm ist. Nochmal ganz detailliert gesagt, der kommt dann nächste Woche dran, weil ich hatte es, glaube ich, schon irgendwo geschrieben, dass ich, äh, einen High-Film gucke, ähm, und hab da auch einen falschen genannt. Ähm, zum Glück hab ich noch nicht geschrieben, dass der scheiße ist. Ja, also nächste Woche gibt's dann Year of the Shark, der wesentlich besser sein soll und der ab 20. April auf DVD und Blu-ray verfügbar ist und digital bereits ab 7. April. Ähm, das heißt, da werden wir dann gerade noch so, nachdem der auf digital verfügbar ist zum Kaufen, den noch in der Sendung haben. Und da wäre ich dann hoffentlich besser drüber reden können als Shark Waters. Ich freu mich, ehrlich gesagt, jetzt einen guten High-Film oder einen besseren High-Film zu sehen. Puh, ja, also, ähm, der, 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 den ich euch ausgeliehen habe, der ist übrigens der Richtige. Ja, nur. Ja, okay, okay. Das ist der Richtige. Also, falls ihr den noch gucken wollt. Ich hab nur den falschen bei mir geklickt hier. Okay, dann bin ich gespannt, was du über Tetris sagst, den es auf, glaub, Disney Plus war das, oder war es Apple TV? Nein, auf Apple TV Plus gibt's den. Wir schreiben nämlich das Jahr in Gesundheit. Oder? Geht's um den? Ja, 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 auch, auch. Wir schreiben das Jahr 1988 und Hank Rogers ist auf einer Spielemesse unterwegs in Las Vegas und verkauft dort, oder versucht dort, sein selbstgemachtes Computerspiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, zu verkaufen, an den Mann zu bringen mit seiner Software, mit dem, äh, Softwarefirma mit seinem schönen Namen Bulletproof Software. Und Hank Rogers, gespielt von Taron Egerton, ist, ja, alles andere als erfolgreich irgendwie, was das angeht und findet dann auch sein Präsentationsmodel an einem anderen Spielstand stehen und die steht eben dort und spielt, äh, Tetris und sagt, hey, das musst du ausprobieren, das ist total der Hammer und Hank fällt quasi sofort, verfällt wirklich komplett diesem Spiel und möchte dann sich da Rechte sichern für Computer, für Arcade und was weiß ich was alles und das stellt sich nicht so ganz einfach da, weil es eben auch schon Firmen gibt, die da die Finger mit dran haben, unter anderem die Familie Maxwell mit ihrer Firma, mit Mirosoft, die eben sagt, ja, nö, wir haben hier schon die Rechte und wir wollen das irgendwie auch rausbringen und was weiß ich was und dem Ganzen möchte halt Hank nachgehen, der dann auch, dankeschön, der dann auch in, ähm, die Situation kommt, bei Nintendo zu landen und Nintendo hat große Pläne zu diesem Zeitpunkt, weil, was bringt Nintendo raus 1988, 89? Den Gameboy, den ich gerade in der Hand habe. Den Gameboy, den der Erik gerade, oh, hoffentlich hast du den richtigen Gameboy in der Hand. Ja, den Grauen, den Original, den Grauen Gameboy habe ich genannt. Leider, ich dachte, ich hätte Tetris drin, leider ist Super Mario Land drin, aber ich finde Tetris noch, warte mal. Ja, ja, und das ist genau das und die stellen dann fest, okay, wir haben Mario, damit wollen wir was rausbringen, aber Tetris ist eigentlich auch der Shit, was wir eigentlich gerne hätten. Und dann macht sich eben Hank Rogers auf nach Russland, um dort sich die Rechte zu sichern und es entspinnt sich ab da dann wirklich, also die erste halbe Stunde ist wirklich so dieses, ja, wie kommt, wie sieht es aus, die Geschichte von Tetris auch erzählt, wie auch Tetris entstanden ist, wird erzählt, wer das eben gemacht hat, eben Alexei Pajitnov, wird es glaube ich ausgesprochen. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr cool erzählt, weil die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Sachen, wo da noch dahinter mit dranhängen, wer mit wem, wer wen versucht zu betrügen, ganz harte Bandagen in dem Geschäft und auch einfach dieses, dieses, ja, Business, wer hat Geld, wer bringt das Geld, wer kann was machen, wer kann sich wirklich durchsetzen am Ende und so weiter, ist super spannend erzählt. Also es ist sehr cool gemacht, der ganze Film, also die Geschichte an sich ist echt wirklich weit besser, als es so erstmal klingt mit, ja, es geht halt um Tetris. Das ist nämlich das eine und das andere ist die Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Der ist nämlich aufgebaut, dass immer wieder so Zwischensequenzen in 8-Bit plötzlich dargestellt werden. Danke Erik, da hast du jetzt Tetris drin, ja? Ich habe jetzt Tetris drin. Und immer mal wieder so, also ganze Bilder dann einfach in 8-Bit-Grafik dargestellt werden, in so pixeligen Dingen und man erkennt dann trotzdem... Soll ich mal starten? Du bist ja schon mittendran. Warte? So, und jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein Problem hier mit irgendwelchen Schutzzeichen oder irgendwelche, das darfst du da halt irgendwelche Strafezahlen. Ähm. Und wie gesagt, es entwickelt sich da wirklich eine Katz-und-Maus-Jagd, die super cool dargestellt ist, unter anderem anderen auch mit Agenten und Doppelagenten und was weiß ich was und Russland, die halt überhaupt sich da nicht der westlichen Welt eigentlich offenen wollen und nur das Beste für das Vaterland wollen oder... Und einfach, einfach total cool erzählt und in einem sehr, sehr angenehmen Tempo, in einer sehr, sehr angenehmen Art und Weise und mit echt coolen Schauspielern. Also Taron Eagerton habe ich genannt, es spielen noch mit Nikita Efremov, dann spielt... Klingt nach einem Russen oder einer Russin. Ja, dann spielt Ayane mit, das ist eine Japanerin, weil Hank Rogers lebt eigentlich in Japan. Ne, 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 lebt in Japan. Wegen Nintendo meine ich, ja, müssen ja auch bei Japaner. Sascha, die Doppelagenten, dann Tobi Jones spielt mit, den kennt man auch, wenn man ihn sieht. Und also wie gesagt, vom Cast her, sehr cool, von dem ganzen Auftreten der Leute, sehr cool. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen, den da mal reinzuklicken, aber wenn man die Möglichkeit hat, wenn man Apple TV Plus hat, sollte man den auf jeden Fall anschauen, weil das eine Apple TV Plus Produktion ist, die nach meiner Meinung ins obere Regal gehört. Von der Tempo, von der Art, der Machweise. Ich weiß jetzt schon, dass wenn der Erik den Film sehen wird, der wird sagen, oh, super. Weil es eben Situationen und Szenen gibt, die einfach großartig sind. Ich mochte ja auch Halt and Catch Fire sehr, was auch so in den 80ern spielt. Ja, und das ist ja das nächste. Genau, es spielt in den 80ern und der Soundtrack dazu halt dann auch wieder. Ah, okay. Die ganze Musik, es wechselt zwischen 8-Bit und den Sounds aus den 80ern. Und das ist einfach richtig gut gemacht. Die ganze Stimmung ist sehr gut gemacht. Einfach, ja, ich bin voll des Lobes. Natürlich gibt es bestimmt den einen oder anderen Logikfehler. Natürlich gibt es eine Situation, wo man sagt, ja, nee, ist klar. Und nochmal, es ist ja basierend auf wahren Geschichten. Also ein Teil davon ist wirklich wohl auch so passiert. Vieles wahrscheinlich auch nicht, ganz völlig klar. Nur, es passt vieles einfach zusammen. Es ist vieles. Es passt alles auf Hunden, habe ich gelesen. Echt? Ja, ja. Also soweit ich es weiß, soweit ich es damals mitbekommen habe, war es so, also Tetris ist an sich ein Spiel mit so Holzblöckchen, wo du versuchen musst, die werden halt so ausgeschüttet, und dann musst du versuchen, eine gewisse Anzahl in so eine Kiste reinzubekommen. Das ist so ein russisches Spiel. Und quasi, die haben auch so diese Formen wie das Tetris, aber da gibt es noch ein paar mehr Formen. Und das haben sie halt eben so gemacht, dass die Blöcke von oben runterfallen. Und damals war es so, Russland war schon sehr daran interessiert, das zu verkaufen, um halt Devisen zu bekommen. Naja, das kommt im Film tatsächlich auch hoch. Hier steht auch, einer der ersten Einträge hier bei IMDb ist, also die realen Personen, Hank Rogers und Alexey Paschitnov, die haben das Skript gelesen, haben gesagt, das meiste davon ist ausgedacht. Es ist ein Hollywood-Skript, es ist halt ein Film, es ist nicht über Geschichte. So eine Menge davon ist niemals passiert. Ja. Aber, ja, ich mag das trotzdem so. Also Halt & Catch Fire war ja auch fast alles komplett erfunden und hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das so in diesem Umfeld und dieses Flair von damals hatte, mit dieser Computertechnik und so. Bin ich sehr gespannt drauf, ja. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt schon da ist, der Tetris-Film. Ich dachte, der kommt erst noch, aber da werde ich ihn auf jeden Fall noch zeitnah gucken. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, schauen wir ihn auf jeden Fall an. Also ich habe ihn Kate auch schon empfohlen, weil das ist so ein Film, der wirklich, ja, der einfach einen auch reinzieht und man auch schon ein Stück weit mitfiebert und auch immer denkt so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, komm schon, komm schon. Und es geht einfach eigentlich in Anführungszeichen einfach nur um Tetris. Was heißt hier nur Tetris? Ich weiß ja nicht. In Anführungszeichen. Den ersten, hattest du den ersten Game Boy? Du bist doch viel jünger, ne? Ich hatte tatsächlich den ersten Game Boy nicht. Ich hatte später noch so einen bunten, kleineren Game Boy. Den hatte ich ja. Game Boy Advance oder Game Boy Color. Game Boy Color, genau. Ja, ich hatte tatsächlich den ersten und ich hatte den, also das ist leider nicht der hier, sondern ich habe mir den damals aus Österreich gekauft, bestellt. Damals in Computerzeitschriften waren ja immer so Anzeigen drin, wo du aus dem Ausland Sachen bestellen konntest. Tja, liebe Kids, Internet war damals noch nicht hier. Und da gab es nämlich schon den Game Boy mit PAL, also mit hier für den europäischen Markt und in Deutschland halt noch nicht, weil das ging damals über so ein Vertriebspartnersystem. Das wurde ja nicht direkt irgendwie von Nintendo angeboten und die Vertriebspartner haben sich das schon gesichert. Da habe ich mir das aus Österreich geholt, bestellt mit Tetris. Das kam damals mit dazu. Und Super Mario Land war meine ersten zwei Games. Und ich habe Tetris total gesuchtet. Ich war richtig, richtig gut. Und es war damals 1900, wann war das? 90, 91 oder so muss es gewesen sein. Wann ist der rausgekommen? Sagen die das im Film? Gute Frage. Game Boy. Ich glaube, ja. Es kommt auf jeden Fall der Release zum Game Boy. Der kommt in den Medien. Warte mal. Sie wurde 1989 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Aber wann gab es den in Deutschland? Das ist die Frage. Oder besser gesagt in Österreich, wo ich ihn dann hatte. Hier in EU, 28. September 90. Genau, das könnte hinkommen. Und dann gab es den aber noch nicht in Deutschland und habe ich den bestellt. Jedenfalls, damals noch musste ich mit dem Zug in die Schule fahren, ins Gymnasium. Und ja, das waren angenehme Zeiten. Da habe ich nicht mehr meine Hausaufgaben im Zug gemacht, sondern Game Boy gespielt. Und damals, einer der ersten gewesen, der so ein Ding hatte, da gab es nur so normale Telespiele. Die kennst du vielleicht auch noch, wo du so ein LCD-Screen hast, wo so feste Sachen irgendwie eingebrannt sind. Da hatte ich tatsächlich immer noch die Erinnerung daran. Hatte ich eins, das haben wir damals, haben wir das gekauft. Das war, als wir in Urlaub gefahren sind, Sommerferien, mit der Fähre rüber, weil wir haben sehr oft in Norwegen, Schweden da Urlaub gemacht mit dem Wohnmobil und sind dann mit der Fähre, mit der Stena-Line, sind wir dann rübergeschippert immer. Und da haben wir so ein LCD-Spiel bekommen mit Popeye, wo man Spinat und Zeug sammeln musste und das war sehr cool. Das war eine der Erinnerungen. Ich hatte auch noch so ein Fußball-LCD-Spiel, ein kleines, und ich hatte noch mal irgendeins. Also tatsächlich, ich glaube, wenn ich extrem suchen würde, würde ich die tatsächlich auch noch finden. Ich habe meine direkt hier. Ich habe Jungle Hunt. Das ist, dann habe ich eins mit so einem Einbrecher. Der musste da so Sachen. Und eins, da muss so ein Typ, der hat erst ein Paket, was er so trägt. Da musst du mal links, rechts drücken, damit die Pyramide nicht, oder der Turm nicht umfällt, weil er kriegt dann ein zweites Paket drauf und die werfen dann immer mehr Pakete auf ihn, auf seine, was er so trägt. Und ja. Naja, sehr schön. Okay. Also Gameboy. Echt, echt geiles Ding. Jedenfalls dann damals so, die meisten so, wow, was ist das? Und ich meine, wenn ich mir das heute anschaue hier, also ich meine, der Bildschirm und die, du brauchst schon viel Licht, damit du was siehst. Da gab es ja dann auch noch den Lightboy, den du traust. Ah, hier steht sogar Bulletproof Software. Ja, steht 1989 Bulletproof. Hast du ja gerade genannt, ne? Ja, ja. Hier auf dem Titel. Ja. Sehr schön. Raubkopie. Na jedenfalls, das war schon damals der echte Hammer. Und vor allem, da Sega hat, die hatten auch den, ich glaube, den Game Gear und dann gab es noch von Neos. Ja, den hatte ich auch. Von Neos und Dingen. Die haben unglaublich viele Batterien gefressen und der Game Boy, der war halt nur schwarz-weiß oder grün besser gesagt und da haben halt die vier Batterien, die drin waren, relativ lange gehalten. Das wird übrigens auch im Film thematisiert. Ah, cool. Ich muss den gucken. Ich muss den gucken. Also ich gucke den heute. Du musst den dringend gucken, ja. Also, wenn wir einmal beim Thema Nostalgie sind, ich habe hier noch Spiele Super Mario Land, Super Mario Land 2. Dann habe ich True Lies mit Arnold Schwarzenegger auf dem Cover. Dann habe ich Desert Strike. Ja, war ja damals auch ein Thema. Hier, Wüstensturm. Robocop habe ich. V-Rally. Und Quirk habe ich hier. Also wer noch bei sich zu Hause Game Boy-Spiele findet, die er oder sie nicht mehr braucht und sie in guten Händen wissen wollt, gerne zu mir. Sie werden richtig gut aufgehoben behandelt. Sie werden gespielt auch und da hat jemand noch Spaß damit, weil manche haben ja ihren Game Boy nicht mehr, haben aber irgendwo vielleicht noch Spiele rumliegen. Gerne zu mir. Okay, also was gibst du so punktemäßig für Tetris? Ich muss gucken, was habe ich reingeschrieben? Ich glaube, ich habe 8,5 oder 9, 8,5 tatsächlich. Wow, okay, ich gucke das heute. Also aber mit Tendenz zu 9. Also klar, er hat ein paar leichte Fehler, aber eben durch dieses Umwandeln auch mit den einzelnen Kapiteln, weil meistens sind ja Filme auch in Kapitel umgewandelt und wie heißen die Kapitel natürlich in diesem Film? Die heißen Level 1, Level 2, Level 3. Das ist einfach so gut gemacht. Mir hat es sehr, sehr gefallen. Sehr viel Spaß gemacht. 100%ige Weiterempfehlung und natürlich macht es auch wieder Bock, Tetris zu spielen. Deswegen Tetris auf Apple TV Plus reinschauen. Und vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen in dem, ja, so retromäßig ein bisschen angehaucht seid, so Gameboys, also wie gesagt, das ist ja leider nicht mehr mein originaler Gameboy, weil den haben sie mir 1994 bei der Bundeswehr geklaut. Ich habe mir dann einen mal nachgekauft. Es gibt ja mittlerweile auch, ja, neue Bildschirme dafür. Da kannst du ja bei AliExpress, kannst du ja einen neuen Bildschirm bestellen für relativ wenig Geld und kannst wirklich einen Farbbildschirm reinbauen in den originalen Gameboy und so. Das ist richtig geil. Oder auch ein neues Gehäuse dran machen. Geht auch. Aber meiner ist hier noch original. Vielleicht hole ich mir mal noch einen zweiten und baue da ein bisschen um. Mal gucken. Also ich habe echt Spaß mit dem alten Ding. Jetzt hat er Bock bekommen hier. Ja, nee, sowieso schon. Also ich hole den ja immer mal raus. Also ich habe gesagt, Super Mario Land war jetzt zuletzt drin, der erste. Macht schon Spaß. Und auch der Sound. Ich mag diesen Sound. Es gibt ja, hast du ja auf der Gamescom auch gesehen, gibt ja diese, die dann zum Beispiel den Soundchip abgreifen von außen und dann richtig Musik damit machen. Auch ziemlich cool. Sehr cool. Und bei Tetris auch diese Musik. War auch ein sehr guter Ohrwurm. Der hängt einem immer noch, wenn man das einmal gespielt hat oder so. Ja, okay. Nächster Film von mir diesmal. Tausend Zeilen. Das ist ein Film von Michael Bulli-Herbig, wo er aber selber nicht drin auftritt. Und der wurde ja damals sehr, oder war sehr lange in den Kinocharts drin und wurde auch sehr stark gelobt, auch vom Föton, von der Presse und von allen, dass Michael Bulli-Herbig es geschafft hat, einen richtig guten Film, ohne irgendwie einen Quatsch zu machen oder sowas. Wobei hier auch der Humor doch schon durchscheint, so ein bisschen. Obwohl es natürlich eine schwierige Geschichte ist. Und zwar geht es um einen Nachrichten, einen Skandal in der Nachrichten, bei einem Nachrichtenmagazin, nämlich beim Spiegel. Es gab ja damals beim Sternen den Skandal mit den Hitler-Tagebüchern, Stonk und so weiter. Gab es ja auch schon einen Film drüber, der ja sehr beißend satirisch aufgearbeitet wurde. Hier der Skandal beim Spiegel, der war leider nicht ganz so witzig, weil jemand wirklich komplette Beiträge erfunden hat. Er saß also nur im Hotel irgendwo in Mexiko und hat halt einen Beitrag erfunden, dass er irgendwo an der mexikanischen Grenze mit irgendwelchen Rednecks aus Texas unterwegs wäre, die auf Flüchtlinge schießen und was weiß ich, in Syrien unterwegs war und dort irgendwelche Kinder getroffen hat. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich den Spiegel auch lese, ich habe auch diesen einen Syrien-Artikel gelesen und der war wirklich gut geschrieben. Also er war sehr gut geschrieben und das ist halt das Problem. Also es war halt wirklich von einem Journalisten oder von einem Schriftsteller so gut geschrieben, dass er einen mit reingerissen hat in die Story, wurde alles so nahbar beschrieben und deswegen hat er auch so einen großen Erfolg gehabt mit seinen Geschichten. Der hat halt auch sehr viel Raum bekommen dann beim Spiegel, hat auch Preise gewonnen. Er hat sich halt aber leider nur alles ausgedacht und das muss ja irgendwann mal rausgekommen sein und das sehen wir in diesem Film, nämlich es gibt diesen Shootingstar, der hier im Film heißt Lars Bogenius und ich glaube im Original hieß der Relotius, wenn ich mich recht erinnere. Also die haben hier andere Namen verwendet und der freie Journalist Romero, gespielt von Elias Mbarek, der entdeckt das so nach und nach, so Unstimmigkeiten, so ganz leicht und es ist natürlich so, dadurch, dass er als freier Journalist hier anfängt, beim Spiegel einen der top akkreditiertesten Journalisten in Frage zu stellen und ja, quasi der führt für den für den jungen Shootingstar, da sind schon irgendwie alle Wege nach oben quasi geebnet, dass der mal in Zukunft, was der da machen soll in dem Verlagshaus und so weiter, weil die da wirklich denken, sie haben jetzt wirklich den neuen Stefan Aus da bekommen oder so. Aber hier und jetzt kommt halt jemand, ein freier Journalist, der da sagt, ja, Moment mal hier, das stimmt doch alles nicht und die haben aber alles irgendwie nachgeprüft, also gibt es natürlich auch Fact-Checking und Doku, ganze Abteilungen, die sich damit beschäftigen und die haben aber gesagt, nee, ist alles okay an den Geschichten und ja, davon erzählt dieser Film, denn es gibt eine Schlüsselszene, wo Elias Mbarek quasi auf der anderen Seite ist in Mexiko bei den Flüchtlingen und so ein Flüchtlingszug begleitet nach Norden Richtung Grenze und sein ja, Journalistenkollege, der soll quasi auf der anderen Seite der Grenze sein bei den bei den Rednecks aus Phoenix, aus Arizona, die da die Grenze schützen und das deckt sich irgendwie alles nicht ganz so und da fängt er an, misstrauisch zu werden und fängt an, auf eigene Kosten auch mit einem, mit jemand anderes zusammen da zu ermitteln und nachzuprüfen, auch bei den vorhergehenden Geschichten, weil Bogenius, wie er im Film heißt, der hat auch zum Beispiel die Story geschrieben über, wie heißt er, Kaepernick, sagt er doch was, der Basketballstar, nee, nicht Basketballstar, der als erster gekniet hat und er hat es wohl weltweit als einziger geschafft, ein Interview mit den Eltern von Colin Kaepernick zu bekommen, was dann abgedruckt wurde und er hat das auch noch so geschickt gemacht, dass er gesagt hat, ja, die Eltern wollen das irgendwie nicht, dass das weltweit Aufsehen erregt, das darf halt nicht mit online erscheinen oder nur hinter der Paywall, sodass halt eben nicht in Amerika plötzlich da das aufgegriffen wird und ja, lauter so eine Dinge, dann fängt halt an, Elias Mbarek auch Personen zu interviewen, die der andere auch interviewt haben will bei seinen Sachen und ermittelt dann, lässt die Kamera laufen, holt ihn nochmal ran und ihm wird aber trotzdem nicht geglaubt im Hause Spiegel und der natürlich nicht Spiegel heißt, der heißt ja auch irgendwie anders, irgendwie das Magazin oder so ähnlich, jedenfalls, ist aber teilweise auch ein bisschen humoristisch, teilweise ein bisschen lustig und ja, basiert auf dem Buch, das heißt auch 1000 Zeilen, 1000 Zeilen Lüge und ich fand das sehr interessant, aufgearbeitet, sehr spannend, gut gespielt, ich wusste zwar ja schon, wie es ausgeht, nämlich, dass der enttarnt wird und dass das zu einer sehr heftigen Krise geführt hat bei einem Nachrichtenmagazin, wo ich das auch nie gedacht hätte, wo ich immer dachte, okay, da kann man sich drauf verlassen, wenn da jemand ist und das war eigentlich das Schlimme, dass das dann so entzaubert wurde und gerade auch so eine Geschichte, eine von denen hatte ich wie gesagt auch mal gelesen mit Bestürzen, wo es um so Kinder in Syrien ging, die da so auf der Straße leben, weil die Häuser weggebombt sind und sowas und dass das alles erfunden sein soll, puh, also ein sehr empfehlenswerter Film, man kann den sich jetzt überall klicken zum Ausleihen und Kaufen wahrscheinlich digital und kann echt empfehlen, also tausend, tausend Zeilen, ich gebe acht Punkte, mir hat er echt gut gefallen, vielleicht, klingt gut, wenn es euch jetzt nicht so sehr zieht, dann wartet wahrscheinlich, wartet mal ein bisschen, bis der dann im regulären Streaming irgendwo Paket enthalten ist, ansonsten jetzt mal ein paar Euro da ausgeben, wahrscheinlich wird er dann auch bald irgendwo auf Sky laufen, schätze ich, okay, ich höre da euer Kind im Hintergrund, aber Kate kümmert sich ja, wenn sie sich gerade RTL Plus schaut, sei doch mal leise, die haben gleich den Mörder, wir gucken mal, wie weit wir bei den Serien kommen, ich hau einfach mal Serie rein, Serie, so, du hast Shrinking geschaut, sehe ich hier, oder Fertig geschaut, besser gesagt, habe ich komplett durchgeschaut, ja, es ist in der Zeit, wo ich mit der hier Erkältung und aller möglichen einfach rausgetreten war, die Serie mit Jason Segel, mit Harrison Ford und ich habe es, glaube ich, bei uns im Kinocast, in der Gruppe, habe ich es zusammengefasst schon, meine Meinung zu Shrinking, auch bei Apple TV Plus übrigens und ich bin ein bisschen schwer reingekommen in die Serie, muss aber sagen, das ging mir genauso, ja, ist im Endeffekt, ich weiß nicht, wie weit bist du schon gekommen, Erik? Ich habe zwei Folgen geschaut und habe dann aufgehört. Ja, nee, schaust zu Ende und du schaust auf jeden Fall weiter, es wird tatsächlich, die ersten zwei waren auch bei mir so, ich glaube, ab der dritten ging es dann richtig los, weil es ist wirklich, ich zitiere mich selbst, Shrinking liefert eine herzerwärmende Serie mit liebevoll geschriebenen Charakteren, einem Jason Segel in Marshall-Form, also aus How I Met Your Mother und einem wirklich überragenden Harrison Ford, ein sehr, sehr tolles, starkes, emotionales Staffelfinale, was mich dann tatsächlich zu, da habe ich geschrieben, neun von zehn, aber jetzt, ja, ist schwer reingekommen, deswegen gebe ich acht von zehn Punkten für die Serie, weil sie wirklich cool erzählt ist und man anfängt, die Charaktere wirklich sehr zu mögen und deswegen kann ich echt nur sagen, Erik, schau noch weiter, gibt der Serie noch eine ganze Chance. Ich gucke gerade die Orwell, ich bin nicht gerade die Orwell. Das ist eine ganz andere Preiskategorie dann wieder oder eine ganz andere Sache, aber auf jeden Fall anschauen, weil lohnt sich. Okay. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Okay, werde ich mal machen, wenn ich mit die Orwell, hast du eigentlich die Orwell komplett drei Staffeln geschaut? Nein, leider nicht, leider nicht. Wie weit hast du denn geschaut? Ich habe immer mal wieder reingeschaut, aber bin irgendwie nie dran geblieben. Das ärgert mich selbst, aber ist so. Also ich habe damals, als es neu rauskam, hatten wir das im Fortsetzung folgt besprochen. Da habe ich irgendwie die ersten zwei Folgen, drei Folgen geschaut und habe gedacht, Traumschiff Surprise mit dem Typ, der Ted gemacht hat, weiß ich nicht. Und eine Kollegin hatte mir gesagt, hey, das gibt es jetzt auf Disney Plus und das ist richtig gut und so, das wird dann richtig gut noch. Und weil ich das auch so in meiner Filterbubble mitbekommen hatte, dachte ich, okay, dann gucke ich nochmal rein. Und habe dann wirklich die Folgen übersprungen, die ich schon kannte, habe dann weitergemacht und muss sagen, wirklich, ey, Wahnsinn, wie gut das noch wird. Also dieser ganze quatschige Teil am Anfang mit irgendwelchen Typen, die Eier legen und mit irgendwelchen, was weiß ich, mit der Frau, die fremd geht, wo der Typ dann gespielt von, wer war das hier? Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Jedenfalls der, der in den Aliens spielt, dann irgendwie ins Gesicht, irgendwelche blaue Flüssigkeit und dieser ganze quatschige Scheiß, ebbt nach und nach ab und es wird eine richtig verdammt gute Science-Fiction-Serie, die, würde ich sagen, fast besser ist, als die original Star Trek-Serie, weil sie einfach Themen aufgreift, die dort nicht mehr mit der Kohlenzange angefasst werden würden und diese aber auch wirklich gut behandeln. Also da geht es um, was weiß ich, Geschlechteridentität, da geht es um Diskriminierung, um alles Mögliche. Also wirklich der absolute Wahnsinn und die zweite Staffel, die wird schon richtig gut, hat ein Top-Ende und die dritte Staffel ist nochmal der Wahnsinn. Also ich bin gerade in der dritten Staffel noch und gucke die jetzt noch zu Ende. Ich hoffe mal, da kommt noch eine vierte Staffel, weil gibt es bis jetzt leider noch nicht und extrem überzeugt davon. Boah, richtig gut. Ich möchte auch noch ganz kurz was einwerfen und zwar auch auf Apple TV Plus ist jetzt gestartet The Big Door Prize mit Chris O'Dowd in der Hauptrolle. Da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen. Es läuft als Komödie. Ich werde wahrscheinlich nicht weitergucken. Es holt mich nicht ab. Ich finde es überhaupt nicht lustig, aber ich habe noch nicht einmal gelacht. Wie geht es denn da ungefähr? Da geht es darum, dass in einer Kleinstadt ein Automat, eine geheimnisvolle Maschine aufgestellt wird, die, wenn du deine Sozialversicherungsnummer angibst und deine Fingerabdrücke hinterlässt, dir dein Potenzial auf einem Kärtchen schreibt, was für ein Potenzial du hast und daraufhin verändert sich in der Stadt so ziemlich alles, weil ganz arg viele dann halt ihrem wahren Potenzial, ihr wahres Potenzial ausschöpfen wollen oder dem auch nachgehen. Dann gehen Beziehungen zu Bruch und die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt und in jeder Folge geht es irgendwie um einen anderen Charakter, der dann am Ende der vorhergehenden Folge nochmal kurz dann auch erwähnt wird und dessen, so war es jetzt die ersten Folgen, holt mich tatsächlich nicht ab bisher. Ich finde es wirklich langweilig und ja, ich sehe den Punkt dahinter, diesen sehr, sehr Sozialkritischen dann auch mit ja, holt wirklich jeder das aus sich raus, was er könnte oder zeigt jeder das, was er kann oder macht jeder das, was er vielleicht besser kann wie das, was er tut und dass es zum Nachdenken anregt, ja, aber die Art und Weise, wie gesagt, wenn schon dran steht Komödie, erwarte ich, dass es einigermaßen lustig ist, wenn Dramedy dran stehen würde, hätte ich gesagt, okay, das passt, aber das als Komödie zu verkaufen, passt gar nicht. Aber Chris O'Dowd von IT Crowd, ich glaube da, ich habe es mal bei Fortsetzung gefolgt mit auf die Liste geschrieben, jetzt mal ohne, aber da können wir wenigstens mal die erste Folge gucken und mal drüber sprechen, aber Chris O'Dowd, das wäre ich glaube ich auf jeden Fall gucken, denke ich doch, ja, passt. Okay, okay, was haben wir denn noch alles? Okay, damit wir hier mal ein bisschen was abhandeln, nochmal ganz kurz zu Ghosts, die auf Sky zu sehen ist, die Serie. Ghosts handelt davon, dass ein Pärchen ein Haus erbt und das ist ein Geisterhaus, aber es ist jetzt keine Gruselserie, sondern wir sehen die Geister, nämlich die Geister sind alles Personen, die in der Nähe damals irgendwo gestorben sind von diesem Haus und da ist, was weiß ich, einer da, so ein Wikinger, der damals irgendwie ganz, 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 ganz früher da gestorben ist in der Nähe und dessen Geister halt noch rumspukt, dann ist einer irgendwie aus der Zeit irgendwie da und Zeichnung der Unabhängigkeitserklärung, die haben alle noch ihre Sachen an, einer so ein Börsen, so ein Börsenfuzzi aus den 80ern ist ohne Hose als Geist unterwegs, weil so wie sie halt gestorben sind da und ja, dann auch Frauen noch dabei, eine Hippie-Frau und sonst was, das sind alles die Geister und die sind alle in dem Haus und die sind gar nicht erfreut, dass jetzt die alte Frau des Hauses verstorben ist und jetzt irgendwelche neuen Leute da reinkommen, denn die Geister leben ja quasi in dem Haus, die haben da so ihre Räume drin und die wollen ihre Ruhe haben und wenn da noch Lebende sind, das nervt die dann halt, ne? Jetzt erben die zwei jungen Leute das Haus und wollen daraus ein Hotel machen, das ist natürlich Katastrophe für die und sie wollen das erstmal sabotieren und das klappt nicht so ganz und als sie einmal was machen, stürzt aus Versehen die junge Frau die Treppe runter und stößt sich im Kopf und seitdem kann sie die Geister sehen und mit denen reden und das ist natürlich dann jetzt ein ganz neuer, das ist ein Game Changer, weil sie sieht auf einmal die ganzen Geister und nachdem sie dann erstmal ihren ersten Schock überwunden hat, kann sich auch mit denen arrangieren irgendwie und müssen sich halt, ihr Freund, der weiß gar nicht erstmal was da Phase ist und es ist echt eine sehr amüsante Serie, wir mussten das Fortsetzung folgt mal gucken und ich habe mittlerweile irgendwie die komplette erste Staffel durchgeschaut, die ist sehr kurzweilig, macht Spaß, manchmal ist es ein bisschen nervig, wenn irgendwie mehrere Leute am Tisch sitzen und sie oder sich unterhalten und sie ist ja die Einzige, die die Geister versteht und die Geister reden alle auf sie ein, die Leute am Tisch reden alle und das ist manchmal ein bisschen over the top, aber ansonsten die Geister helfen dann auch manchmal, geben halt Tipps irgendwie, wie wenn irgendjemand kommt und erzählt irgendwas, weil jeder von den Geistern hat halt irgendwie andere Interessen, einfach mal reinschauen, nette kleine Komödie, die es auf Sky gerade gibt, Ghosts, okay. Wollen wir noch was machen oder ansonsten, wir sind schon bei fast einer Stunde. Ja, also ganz, ganz kurz würde ich noch Tulsa King gerne ansprechen. Okay, leg los. Auf Paramount Plus, Tulsa King ist, der Tulsa King ist Sylvester Stallone und Sylvester Stallone kommt nach 25 Jahren aus dem Gefängnis raus, war Mitglied der Mafia oder ist Mitglied der Mafia in New York und kommt eben raus und es hat sich in 25 Jahren bis jetzt eben sehr, sehr viel verändert, so gut wie alles verändert. Er hat seine Familie oder halt die Mafia nicht verraten, hat stillgehalten, deswegen war er auch weg und er kommt zurück und möchte halt quasi in sein altes Leben zurück, nur Problem an der Sache ist, die Welt hat sich eben weiterentwickelt und so auch die Organisation, weswegen man eher so ein bisschen ratlos ist und man nicht unbedingt einen Platz für ihn hat und sagt dann, okay, pass auf, wir schicken dich nach Tulsa, da baust du dann hier für uns das quasi alles auf und schickst uns monatlich so und so viel Geld und er kommt dann wirklich mit seinen alten Methoden nach Tulsa, also Silvester Stallone kommt dann nach Tulsa und erst mal organisiert er sich ein Taxi, das wird dann sein Fahrer, der natürlich auch so, was ist das für ein Typ, weil er mit so ganz altmodischen Sachen und halt teils auch roher Gewalt unterwegs ist und ist es dann wie bei Collateral oder was, dass dann der Taxifahrer den die ganze Zeit rumfahren muss oder ne, 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 wie gesagt, der Taxifahrer wird ja dann sein Fahrer auch, das habe ich gar nicht spoilern und sein erster Stop ist dann ein Laden, wo eben Gras verkauft wird und zwar legal und der Kippt da rein macht da erstmal mächtig Stunk mehr oder weniger und geht dann wirklich rein und sagt, okay, pass auf hier, du zahlst mir, ich kriege so und so viel Prozent von deinen wöchentlichen Einnahmen, dafür beschütze ich dich und der Ladenbesitzer nur so, ja, wovor? Ja, vor den Gangs oder vor den Behörden? Wir haben hier keine Gangs und was wir machen ist legal. Es ist einfach nur herrlich, so, ich, ich verstehe gar nicht, was die von mir wollen, aber ich komme nicht auf seine Nummer raus, oder? Ja, okay, also richtig gut und dann baut er eben dort sein, sein neues Kartell auf, also er sagt selber hier, er möchte ja vor anderen Gangs und vor anderen Sachen das schützen, dabei ist er quasi das Problem und ja, natürlich werden auch die Bundesbehörden auf ihn aufmerksam und auch das ist noch eine sehr, sehr nette und sehr witzige Geschichte, einfach Nebengeschichte und die Serie bleibt an sich ernst, weil sie sehr trocken, vom Humor her sehr trocken ist, aber Stallone spielt da so cool und das ist so abstrus, es sind solche Situationen, wo du echt dran hockst und du musst laut lachen, weil es einfach nur so, oh mein Gott, du denkst dir nur so, scheiße, wo ist der gelandet und wie kann man dieses alte, in Führung Anführungszeichen alte Verhalten von eben Mafiosis von vor 25 Jahren in die Neuzeit transportieren und es ist einfach herrlich, also auch da wieder, Erik, ich bin mir zu 100% sicher, dass das eine Serie ist, wo du dich wegwirfst vor Lachen, weil du sie absolut feiern wirst und auch das kann ich jetzt jedem nur empfehlen, es sind, ich glaube gestern oder vorgestern kam die dritte Folge erst raus, und ich möchte mehr davon, ich möchte wirklich mehr davon, weil es macht so Spaß, Tulsa King auf Paramount Plus absolut anschauen. Ja, du hast es mir auch schon wärmstens empfohlen, unsere Gruppe, aber wie gesagt, ich gucke erst mal noch Orwells Ende und dann habe ich Zeit und Luft, vielleicht gucke ich heute noch Tetris, dann schiebt sich es noch mehr, mal schauen. Also gute Empfehlung von dir, Tulsa King, habe ich auch schon viel Gutes gehört und dann sind wir schon bei den Musik-Tipps, ich empfehle den Titelsong von Tetris, nee, mal gucken. So, was packst du da drauf? Ich packe aus dem Soundtrack von Tetris drauf, von Europe, The Final Counter. Ah, okay. Ich packe etwas drauf, was ich neu entdeckt habe, eine Künstlerin, Jennifer Touch, nicht Jennifer, wie ist die andere? Rush. Rush, nicht Jennifer Rush und auch nicht, wie ich wusste, wen du meinst. Und auch nicht die, die Touch Me, Touch Me gesungen hat, sondern Jennifer Touch mit Chemistry, packe ich mal drauf, ja, hört da mal rein, packe immer alles drauf, mache ich jetzt gleich live hier auf unsere Kinocast-Songs-Playliste. Jawohl. So, und hast du noch irgendwas? Äh, Hunger. Hunger, jetzt schon. Ja, irgendwie habe ich jetzt schon Hunger, ja, ich weiß noch nicht. So, Europe, The Final Countdown. Oh, da gibt es auch Remixed. Ja, soll ich dann, nee, nehme ich nicht, ich nehme die Originalversion. Original, ja, ja. Originalversion aus den 80ern ist jetzt drauf und das andere packe ich auch noch drauf. Ja, Kinocast-Songs auf Spotify, könnt ihr alle mal reinhören dort und habt da eine bunte Mischung. Ansonsten erzählst weiter, dass es diesen Podcast gibt an alle Kinofans, die ihr so kennt und dann macht Werbung für den Podcast, teilt es, wenn wir da irgendwie veröffentlichen, dass eine neue Folge da ist. Damit viele das mitbekommen. Schreibt Rezensionen, so eine 5 Sterne auf iTunes, wird immer gern genommen oder auf allen anderen Plattformen, Portalen auf Spotify, kann man ja auch bewerten. Macht das mal, würde ich mich sehr freuen oder würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, ja, bis morgen dann im Kino für die, die ins Kino gehen oder bis nächste Woche dann bei der neuen Podcast-Episode. Dann mit der neuen, mit der aktuellen Rezensionsdisk The Year of the Shark. Verspreche nicht zu viel, nachher schaust du wieder und bei anderen Schaufilmen. Tschüss. Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao. Bis bald im KinoCast. Bis bald im KinoCast. Bis bald im KinoCast. Bis bald im KinoCast. Untertitelung des ZDF, 2020